Jo Leute, was geht der App? Jetzt kommt zur 11. Folge der 3. Staffel vom Cleverbot Und somit auch schon eine kleine Sensation, denn dies hier ist die vorletzte Folge Denn hiernach kommt nur noch eine Folge Cleverbot Und danach geht am 15.1. von der 12. Folge ausgesehen 2 Tage später das neue Projekt los Das neue Let's Play Projekt geht dann los Ich schätze mal, ich werde zwischen den Releases der Folgen, ich weiß das habe ich jetzt nicht gesagt Wird noch vielleicht ein Stream kommen Kein Cleverbot-Stream, sondern eher ein Fortnite-Stream Hier ist wahrscheinlich so ein Fortnite-Rocket-Racing-Stream Mal gucken Und ja Aber genug gelabert, wir starten rein, let's go Gibi Böse Denn wir schreiben jetzt hier einfach mal Äh, hallo Ja, Heli, ne? Helikopter, ne? Meine Fresse Wie geht es dir heute so, wenn ich fragen darf? Okay, da haben, du willst doch nur wissen, wie es mir geht und keinen Aufsatz schreiben Oder Mir geht es gut Danke der Nachfrage Wie geht es dir denn? Auch gut Das ist Das ist schön zu hören Richtiger Also richtiger Allmann-Unterhaltung gefühlt, ne? Ich wüsste Ey, das ist einfach so eine Das ist ein Der, 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 so redet man gefühlt nur bei einem Vorstellungsgespräch Das ist Schön Zu Hören Danke, finde ich auch Ja Arrogant Ich schwör's euch Was Machst Du Denn So Ich schreibe mit dir Stark 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 Äh Hey, es Bra Okay, dann verspürst Danke Wie, warst du das jetzt schon? Warst du das jetzt schon? Okay Hä, okay Bro Come on Ähm Die Verwirrung ist groß, ne? Ich weiß nicht, wie du es so kannst, was ich schreiben soll Aber egal So Ähm Ich frag jetzt mal, was hast du heute Heute Noch So Vor, lieber Klamot Nichts Du Auch nichts Jetzt Ähm Bitte Scheiß jetzt nicht rein Du hattest die Idee Ja Die Idee Das Äh Was Machen Bei Du hattest die Idee Ich frag mich Die Idee Du hattest die Idee Habe ich irgendwie bei Google Cleverbot RP eingegeben oder was? Hä? Bitte? Wir sind aber gerade dabei, irgendwie war ich schon... Ah! Bitte! Oh ne! Nein! Nein! Wenn er mir gleich kommt, von wegen Arbeit, du hast doch gesagt, ich bin ein Mädchen, aber jetzt boxe ich ihn weg! Oje! Was habe ich an? Was weiß ich? Keine Ahnung! Ich dachte, du siehst jetzt, wie soll... Mein Kopf geht gerade offiziell kaputt. Wie soll ich... 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 Es... J... Was weiß ich? Er... Was weiß ich Das ist nicht gut für die Psyche, glaube ich Der macht mich physisch kaputt Nein Das war's mit diesem wunderbaren Video, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like und ein Abo oder schaut in den Community Tab Da sind alle Links drin Beziehungsweise einen Link, der euch zu allen Links bringt Aber ich würde sagen, sehen wir uns in der letzten Folge wieder Haut rein Tschüssi